Willkommen zurück zu einer neuen Folge State of Decay und wir machen die nächste Mission ungehorsam und zwar hier drüben eine Army Mission. Ich bin mal gespannt, denn von der Army haben wir schon lange nichts mehr gehört und mal sehen, was die jetzt von uns wollen. Erstmal hier so ein Swat eliminiert und wir müssen irgendwo hier drüben hin. Oh, wen haben wir denn hier? Die gute alte Horde. Immer schön rein, zurück, nach vorne und komm, der letzte Mann hier. Na also, geht doch. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, wo sollen wir denn hin? Irgendwo hier drüben hin. Hier können wir durch, wenn man fahren könnte. Und da wären wir, die Army. Was machen die hier? Was machen die hier? Überleben? Geheime Operation der Regierung? Was wolltest du dir sagen? Well, at least somebody's got our six. Hey, try not to shoot us in the back, okay? Okay, Jungs. Alle hier rein? Oh. Das könnte ein Problem werden. Na gut, ihr beiden. Gehen die zu Fuß? Ah, die gehen zu Fuß. Naja, ist ja ganz in der Nähe. Da sind wir. War ein Wahnsinnsweg. Ich weiß. Ein Wahnsinnsweg. Ein Wahnsinnsweg. Also, irgendjemand ist hier noch am Leben. Army, Leute? Waren wir hier schon? Nee, hier sind wir neu. Okay, knock knock. Na, wer treibt sich denn hier rum? Oh, nein. Kaufen wollen wir nix. Wir wollen erstmal hier... Zombies eliminieren. Der eine hier drüben, der steckt in der Wand drin. Super. Wieder ein großartiger Bug. Und an den kommen wir gar nicht ran. Alles klar. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, nein. Oh, nein. Jungs. Jungs. Ach, komm. Wirklich. Die stecken alle hier drin. Okay, Plan B. Vielleicht kriegen wir so einen. Einer. Nummer zwei. Well, that was exciting. I'm cool with that. All right, all right. I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine. Tell you what. I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey, and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, uh, we should get moving. That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around. Okay. Wen haben wir hier genau? Fremder. Und zwar direkt hier oben. Aber keine neue Mission hier. Na gut, was haben die so? Gehen wir mal hier drüben hin. Schauen mal rein. Und die haben... Na, kein Wunder, dass die Jungs hier verzweifelt sind. Die sollten lieber mit uns kommen. Noch haben wir Betten, Nahrung und Ressourcen. Aber wir könnten mal da drüben noch hingehen. Denn wir suchen gerade hier Baumaterialien, dass ich endlich mal die Werkstatt weiterbauen kann. Ein Außenposten, der bringt mir eher wenig. Na, ich denke, hier draußen finden wir nicht viel. Man muss ja sagen, ich liebe die Bugs in diesem Spiel. Zombies stecken in der Wand drin. Texturen ploppen auf. Einfach super. Genau so entwickelt man Spiele. Genau so machen mir die Games Spaß. Egal, was können wir als nächstes tun? Irgendwie haben wir immer weniger Aufträge. Ach ja, hier drüben, da haben wir irgendjemanden, der hier seine Habseligkeiten verloren hat. Hier sehen wir es ja. Jason Crossman. Keine Maya. Also wo Maya rumrennt. Ob sie noch am Leben ist, immer noch ein Mythos. Hier sollen wir hin. Dann machen wir mal die nächste Mission. Jetzt sollten wir ja auch die Unterstützung der Army haben. Das könnte cool werden. Oh. Hey, Moment mal. Ist ja mal cool. Okay, das nehmen wir mit. Nice. Ah, da kommen sie schon. Okay. Dann bauen wir mal. Wenn wir genug haben. Könnte aber sein. Was haben wir hier so? Schon wieder eine ganze Bande. Egal, die ignorieren wir. Nein, 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 nein. Na gut. Ich habe keine andere Wahl. Oh. Komm schon. Ja, das kriegen wir hin. Sliden. Sliden. Kleines Stück noch. Yes. Wie ein junger Gott. No. Oh, super. Komm ich hier durch? Der Mann, der kann. Aber die nächste Hürde. Hey, Ed. Was geht? Alles cool? Immer schön weitermachen, mein Junge. Immer schön weitermachen. Ihr holt die Ressourcen ab. Gut, wir können wo genau nach oben? Hier drüben. Der Wasserturm. Dann gehen wir mal hin. Wir stöhnen drum. Der hier. Okay, mal sehen, ob wir jetzt die Army rufen können. Wäre natürlich cool, wenn sowas gehen würde. Was haben wir hier so? Ah, hier drüben. Dann hier. Zack. Und hier. Wir haben eine Horde auf unseren Händen. Und nun? Ach nein, wirklich? Die sollen wir jetzt selbst eliminieren? Ich dachte schon, jetzt würden hier die Bomben regnen. Ah, Moment. Wir waren noch gar nicht fertig. Wir können ja immer noch mehr finden. Da müssen wir noch mal ran. Also einen hätten wir schon mal. Nächste Mission. Oh, hier rennen wir da so viele Horden rum. Aber sonst hätten wir hier schon ziemlich gut alles unter Kontrolle. Was haben wir hier? Aufklärung. Und hier drüben. Zombie-Jagd. Und hier hinten. Okay, hier gehen wir hin. Aber ich muss sagen, es werden immer weniger Missionen. Langsam bekommen wir immer weniger zu tun. Okay, können wir was bauen? Hier. Ich habe das von einem Mann in Bravo Company. Es kostet mir drei Kraten von Cigarettes und vielleicht der letzte Porno mag auf der Erde. Aber ich dachte, ich wundere dich für uns zu retten, dass wir uns da sind. Wow, das... Danke. Ich könnte es nicht tun, ohne die mentalität, aber danke. Hey, du bist für Leute, die du gar nicht selbst wusste. Das bedeutet etwas. Okay, was ist denn hier auf einmal los? Die Armee, so nett. Ganz neue Sachen hier. Auch noch nie erlebt. Denn wir wissen ja, am Anfang hat sie gesagt, jeder für sich selbst. Die Armee rettet niemanden. Jeder, der sie irgendwie bedrohen will, wird sofort erschossen. Und jetzt auf einmal hier die Freundschaft. Obwohl wir ja so wenig getan haben. Könnte es sein, dass sie selber irgendwie am Ende sind, dass wir hier doch wirklich die beste Basis in der ganzen Gegend haben. Natürlich, wir haben Marcus und Ed. Und ich habe hier schon alles gelootet. Wird immer weniger. Hier alles weggenommen. Ach ja, wir wollten ja bauen. Was brauche ich hier? Zehn mehr. Und hier drüben? Die Werkstatt. Moment, hier drüben hin? Die würde gehen. Ja gut, dann machen wir die. Ich bin in der Position. Ich schaue mich nachher, sehen, was wir haben. Ach, hier ist gar niemand drin. Ah, Moment, Moment. Wir brauchen schon wieder Lärm. Erstmal hier hin. Nice. Komm schon. Nimm es. Na los. Na los. Ja, und sie rennt weg und wir dürfen jetzt hier überleben. Zombie-Horde natürlich. Natürlich. Musste ja so kommen. Egal, wir schnetzeln hier ein bisschen rum. Gutes Training für uns. Okay, die Horde im Nahkampf. Oder Moment, Moment, Moment. Wir können ja hier oben eine Grillparty veranstalten. Das würde ja auch gehen. Nein, Markus. Er ist müde. Was hier? Wo? Eine Krippe? Was habe ich hier eben gerade gelesen? Eine Krippe? Oh, ich bin so müde. Da kommen sie. Oh, da kommen viele. Oh, da kommen viele. Auto, Auto. Komm, noch ein paar Meter und... Oh, shit sind das viele. Oh, shit sind das viele. Meine Tür. Die ist weg. Aber die Horde auch. Okay, was habe ich hier eben gerade gelesen? Okay, Krippe. Aber wir haben mehr als genug Medizin. Gehen wir mal hier hin. Swat! Say what? Swat! Oh, wow, wow. Ein Boomer. Ein Boomer. Immer schön hier auf den Bauch. Maybe later. Maybe later. Was denn? Hier drüben. Nehmen wir Ed wieder zurück. Ah, Moment. Dann können wir gleich hier direkt weiterbauen. Er sollte ja neue Sachen mitbringen. Und wir können uns hier mal die... Was kriegen wir hier? Hm, ja. Können wir gebrauchen. Einmal so rum. Nehmen wir die hier mit und nehmen sie gleich. Wie? Können wir gar nicht nehmen? Wieso? Was können die genau? Gesundheit. Das gute Zeug. Na gut. Ähm. Ich kann keine Sachen mehr mitnehmen. Wir könnten die hier nehmen. Den können wir mitnehmen. Ich muss unbedingt irgendwie mehr Sachen tragen können. Okay, schauen wir mal hier hin. Oh Mann, so viele guten Sachen. So viele gute Sachen und ich kann nichts mitnehmen. Die Medizin können wir noch mitnehmen. Aber sonst müssen wir hier wieder gehen. Was hatten wir hier noch? Medizin? Morphium hier oben? Ich habe hier bereits so einen großen Rucksack. Kann man denn noch einen größeren kriegen? Ich meine, ich hätte irgendwo mal was gelesen, dass es noch eine größere Stufe gibt. Oh, alle weggeholt mit nur einem Schub. Okay, bringen wir erstmal hier die Sachen hin. Und dann schauen wir mal wegen einer neuen Mission. Hier ist so wenig los. Wir haben gar nichts mehr zu tun. Die Zombies sind auch gar keine Bedrohung. Wir haben so eine gute Basis. Weg. Weg. Weg damit. Weg damit. Weg. Weg. Behalten wir. Behalten wir. So. Ja, alles erledigt. Keine Mission mehr. Was tun wir? Was können wir hier tun? Schauen wir mal hier drüben. Moment, wir zoomen mal raus. Hier oben rennt Ed rum. Was hätten wir hier? Zombie-Jagd. Was haben wir hier? Aufklärung. Zombie-Jagd. Keine Mission mehr. Sehr, sehr merkwürdig. Eine Idee hätte ich noch. Super demoliert. Oh Gott, das Fahrzeug sieht ja aus. Aber mein Lieblingsfahrzeug. Keine Ahnung wieso. Ich finde es irgendwie genial. Es fährt auch ziemlich schnell, finde ich. Und... Stopp. Ich habe auch keine Türen. Perfekt zum Einparken. Na Jungs, irgendwas Neues hier. Neue Missionen. Hier von der Richterin oder so. Keine Ahnung. Ich brauche Jobs. Ich habe Langeweile. Na, was geht's? Ach komm schon. Und du hier. Schön hier die Boden spachteln. Okay. Klar sind wir. Was immer du sagst. Yo. What's up? Edgar. What's up? Es geht. Okay. Keine neuen Missionen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Und... Tschüss.